Dieses Video wollte ich eigentlich für einen ganz detaillierten Vergleich zwischen dem Alpen für den Brocken 3 CPU Kühler und dem mitgelieferten Rave Prism Kühler von AMD machen. Warum ich das Video jetzt anders mache und trotzdem beide Kühler vergleiche, erfahrt ihr nach dem Intro. Ich hatte ohnehin schon den Alpen für den Brocken 3 bestellt, den Rave Prism wollte ich jetzt nur mal für dieses Video eigentlich einbauen, habe ich auch gemacht und ja, die Ergebnisse sind ernüchternd. Vorher hatte ich eigentlich gelesen, dass der ein ganz passabler Kühler wäre, aber das habe ich nie im Zusammenhang mit dem Ryzen 3900X gelesen. Der AMD Kühler hat meiner Meinung nach mehrere Probleme, ich habe jetzt hier kein Soundlabor, wo ich euch genau ausmessen könnte, wie laut er wird, aber das ist gar nicht so der Punkt meiner Kritik. Also die Lautstärke, ja sowieso, da kommen wir gleich noch dazu, aber das Problem ist, dass der ungleichmäßige Geräusche macht und das ist absolut störend. Bei einem Lüfter erwarte ich so einen Luftzug eigentlich, bei dem Ding da denke ich irgendwie an die deutschen Stuckas, der macht mir auch so einen Sirenenlärm, also furchtbare Töne, die er von sich gibt, das habe ich euch auch mal aufgenommen. Diese Aufnahme könnt ihr jetzt nicht als Referenz für die Lautstärke nehmen, ich habe das extra mal lauter gedreht, damit man es auch eben gut hören kann, das ist jetzt aber kein Vergleich der Lautstärke und kann auch nicht mit den späteren Tonaufnahmen von Brocken 3 als Lautstärkevergleich genommen werden. Es geht mir eher um die Art der Töne, die der erzeugt und wie unangenehm sich das anhört und gleichzeitig das auch noch in Verbindung mit ständig wechselnden Lüfterdrehzahlen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist hier übrigens nicht vergleichbar, aber der mittlere Part ist eigentlich eidel. Also da ist nichts Spannendes passiert auf meinem PC. Und ja, da sieht man schon recht deutlich, dass der Brocken 3 relativ gelassen auf eine Temperaturveränderung reagiert. Woraufhin oben der Rave Prism auf jede kleine Anpassung der Temperatur wie so hektisch schon seine Lüfterdrehzahl schon vorsorglich mal anpasst. Und das ist das, was man dann halt am Ende hört und das macht echt keinen Spaß. Ich wage mich mal an einen Erklärungsversuch. Mir ist nämlich was aufgefallen. Als ich den Rave Prism ausgebaut habe, habe ich unten mir mal die Kontaktfläche angeschaut. Und wenn man da genau hinschaut, sieht man ja mit der Wärmeleitpaste, die habe ich nicht aufgetragen, sondern das war die vormontierte, dass das nicht gerade gut verarbeitet ist und die vier Heatpipes, die man hier sehen kann, bilden nur einen kleinen Teil der Auflagefläche. Das habe ich mal hier versucht zu visualisieren. Denn alles, was jetzt hier dunkelblau ist, ist die tatsächliche Auflagefläche der Heatpipes auf der CPU. Alles andere, was man jetzt noch anpasst, die hier sehen kann, ist ja diese Seitenflächen einmal und diese Stege zwischen den Heatpipes. Vielleicht klappt das einfach mit der Wärmeabfuhr nicht schnell genug. Die CPU wird halt schnell warm, weil die Hitze nicht abtransportiert werden kann. Und entsprechend kriegt der Lüfter das Signal hochzudrehen. Das hat dann wiederum aber nur einen eingeschränkten Effekt, denn ja, die Hitze kommt ja an den Lamellen nicht optimal an. Das ist jetzt ein absolut laienhafter Erklärungsversuch. Wenn ich das aber mal mit den Bildern vom Alpenfönbrocken 3 vergleiche, das ist jetzt ein Bild vom Hersteller, aber ich habe einfach nur vergessen, eins zu machen, als ich ihn ausgebaut habe. Aber ich kann euch garantieren, genau so sieht die Auflagefläche aus. Da habe ich einfach einen direkten Kontakt zu allen Heatpipes. Mal davon abgesehen, dass es auch mehr sind, aber der Kontakt ist einfach ein anderer als bei dem Rave Prism von AMD. Mein Fazit aus dem Video ist jetzt also, dass der Alpenfönbrocken 3 ein umwelten besserer Kühler ist als der Rave Prism von AMD. Ich will jetzt auch nicht direkt Werbung für den Brocken 3 machen, es gibt noch viele andere gute Kühler. Was ihr aber auf jeden Fall nicht nutzen solltet, ist der Boxkühler, der mitgeliefert ist. Ich hätte den jetzt als neu verkaufen können, ich war jetzt aber mal erpicht darauf, zu testen, ob der wirklich so gut ist, wie ich das an der einen oder anderen Ecke im Internet gelesen habe. Ja, für den 3900X ist der aber definitiv nicht zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.